Willkommen zur Verlosung der April-Eintrittskarte von JBO für Schwarzenbach an der Saale am 9.6. Dieses Mal haben, wie ihr hier sehen könnt, 66 Leute mitgemacht am Gewinnspiel und das ist wie immer. Die Zahl wird durch einen Zufallsbereich erzeugt von 1 bis 66 und wenn ich jetzt hier auf Enter drücke, kommt die Zahl. Die 1. Der Heiko, Glückwunsch.